Direkt vor der Mauer des Gebäudes, entweder ist das eine Grabungsstelle, an der man frisch angesetzt hat, so sieht es nun nicht aus. Man sieht also, dass es da unten reingeht. Man sieht auch, dass es da unten reingeht. Man sieht auch, dass es da unten reingeht. Sollte So, das ist die zweite wirklich äußere Geschichte. Hinter der Ruine befindet sich also dieser Wurzschacht, den wir uns jetzt mal genauer angucken. Es geht hier senkrecht ab. Ich schätze mal vielleicht acht Meter. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020